Hast du neulich Kevin auf der Party gesehen? Ja, war zu feindlich. Echt, was war eigentlich los mit Olga? Ja, wie geht's? Gut. Hast du dann später noch gesehen? Ja. Ich bin auch schon mit dir gegangen. Voll krass, Alter. Was ist eigentlich los? Yo, Heroes, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren neuen kleinen Spaßvideo. Und damit es nicht so abläuft wie gerade eben, zeige ich dir jetzt einen Trick, wie du dich am besten, am schnellsten und am effektivsten für eine Party breit auffummst. Und das Coole an diesem Trick ist, du kannst ihn überall machen und er funktioniert einfach. Und zwar, wenn man sich aufpumpen will, was ist das Ziel, was man erreichen will? Du willst möglichst viel Blut in deine Muskeln bekommen. Und das machen wir jetzt, indem wir 100 Liegestütze machen, so schnell es geht. Wir versuchen es ein bisschen einzuteilen. Ich werde natürlich nicht 100 am Stück schaffen. Ich schaffe vielleicht 30 oder 40 oder sowas. Wir werden einfach mal sehen. Und ja, mal schauen, wie schnell ich das schaffe. Und let's go. Davor noch ein bisschen die Arme kreisen lassen. Damit man wenigstens etwas aufgewärmt ist, wenn ihr das am Klo eures Freundes bei der Hausparty macht. Und dann geht es mal ab hier. Ihr müsst nicht so krass auf die Ausführungen achten. Jetzt geht es nur darum, möglichst viel Blut in die Muskeln zu pumpen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, das war jetzt noch nicht bis komplett zum Muskelversagen. Weil ich habe ja noch 60 vor mir. Ich habe jetzt 40 Stück gemacht. Kurze Pause. Dann geht es weiter. Ich empfehle euch auch ein bisschen Pause, um dazwischen durch zu machen. Sonst schafft ihr es vielleicht nicht ganz. Wenn ihr komplett bis zum Muskelsagen vergeht am Anfang, dann tut ihr euch, glaube ich, schwerer. Ist so meine Theorie. Aber ihr könnt es natürlich ausprobieren, wie ihr wollt. Okay, 40 Stück geschafft. Weiter. Eins. 60 Stück. Das ist gar nicht so unanstrengend. Wenn ihr das machen solltet und ihr habt kein anderes T-Shirt dabei, auf jeden Fall ein Deo mitnehmen. Okay. 200 bei 60. 76. Viertel ist geschafft. Drei Viertel sind geschafft. Ein Viertel noch. Noch 24 Stück. Ich merke schon, wie es alles, das ganze Blut in den Oberkörper pumpt. Okay, weiter. Noch 10 Stück hier wuchs. Für die Gains. Für die Gains. Für die Gains. und das ganze Challenge mit drin. Letzten 10 Stück. Eins. Zwei. Drei. 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 Messi. Drei. 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 Das war auf jeden Fall nicht easy. Aber man merkt es, mit der Brust und dem Arm ist ein guter Pump. Jetzt ziehe ich mir noch ein anderes T-Shirt, damit ich ein bisschen breiter aussehe. Dann gucken wir mal. Habe ich schon das Musgeschäft? Hast du schon stand? Oh Gott, das ist schon schwer, das ist eng ist das. So, jetzt schön anspannen alles. Mal gucken, ob es mit den Mädels jetzt besser läuft. Boah, das ist sehr freig. Kann ich mal anfassen? Krasse Arme. Einmal diese Füße. Krasse Arme. Du hast die Tesse gezickt. Training. Wow. Das war ein kleines Spaßvideo mal wieder. Der zweite Teil zu drei Party-Tricks, um sich freiter zu machen, als man überhaupt ist. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie es geht, dass ihr vor der Party starten müsst, um hier die schönen Ladies aufzureißen. Und danke an die beiden auf jeden Fall, ihr habt euch extra hübsch gemacht dafür. Und wenn du auf jeden Fall richtig Muskeln aufbauen willst, dann kannst du dich hier unter diesem Video für das Zero2Euro-Programm anmelden. Dann brauchst du vielleicht diese komischen, dummen kleinen Party-Tricks, die gar nicht mehr haben auf der Party gut auszusehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Heroes, dann kommt dein Startschuss. Und ciao. Opo. Prолог für uns. Und sound sind heute machst du wieder... Wir müssen drei-Träumchen nach oben machen.